Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Morgen, Herr Professor. Wohin soll ich denn gehen? Zu Haus C, bitte. Gibt es mal? Doch, Sie müssen ein Stück mitfahren? Ich muss zur Schule, weißt du doch. Was ist denn passiert? Jossa hat einen Toten gefunden. Krass. Bist du stolz? Ja. Joachim, los! Guten Tag, Herr Köder. Der hat seiner Frau die Brustwarzen abgebissen. Echt? Aber das bleibt unter uns sein. Ja. Wer hat den Kuchen gebacken? Meine Frau. Was hast du für sie bezahlt, Herr Professor? Wir haben eigentlich auch mal wirklich so eine Party. Echt ein Gästchen, so ganz normal. Die sind doch echt. Wir hatten meine Eckmanns, Henkels, Jakobs. Ob die Henkels normal wären? Weiß der. Was ist das eigentlich für eine Krankheit, wo man in der Beefy isst? Ich habe versucht, mich umzubringen. Na was? Warum betrückst du Mama? Wir haben gerade Sachen besprochen. Ich wollte Frau Ehlers jetzt ans Tor bringen. Ich möchte ein Eisbär sein. Im Katerpola. Damit kannst du fast alles ganz toll zerschneiden. Das probiere ich gleich mal aus. Guck mal. Halbe Praline in der Verpackung für Frau Ehlers. Aua! Geht in euer Zimmer. Geht nach oben! Aua! Aua! I pray each day. May you come home. And be okay for now. We wait for you. For you to come home. Ist das wieder Italien? Merkst du, wie es wärmer wird, nur weil du aufs Bild guckst? Stimmt. Hab die Heizung hochgedreht. War arschkalt. Badat Annegarn. Wird nah-schlüsst!